Seine Krankheit, weißt du was ich mein? Ja, natürlich kenn ich MobileFanboy. Scheiß Verteidigung. Boah, der ist einfach richtig schlecht. Der ist einfach mal richtig schlecht. Genau, sie ist eine Verteidigung, sehr schön. Ja, ich glaube ich will auch einen Lava-Hund. Lava-Hündinnen nehmen auch zu. Jo, rein Florian. Ja, was sage ich dann? Oh, die Minions waren stark, glaube ich, oder? Ne, sie sterben noch nice. Boah. Da müssen noch einmal Fire Sprints bitte rauskommen. Oh, wie er ragt. Was hat dieser Raider denn gemacht? Ich habe eine Muskelkrankheit, also Muskelschwund soweit ich weiß. Und es tut halt trotzdem. Also zeigt sich ja in der Öffentlichkeit. Ja, ist auf jeden Fall ein krasser Schritt, wie gesagt. Wie gesagt, ich glaube, oder vielleicht kommt er dann ein bisschen mit seiner Krankheit klar. Jeder, wie er es halt will. Wisst ihr, wie ich mein? Ich finde es auch ein krasser Schritt auf jeden Fall. Warte, der hat Pfeil oder ein Feuerball? Ich weiß es halt gar nicht mehr. Oh man, er hat noch einen scheiß Lava- Ey, diese Lava-Loom-Decks. Mann, was geht hier ab? Was ist mit diesen Lava-Loom-Decks passiert? Warum spielt das auf einmal jeder? Oh, bitte verteidigt das, Marita. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Danke. Bitte, bitte. Gut, danke. 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 Bitte, danke. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.